Laito ist in Genft! Am Boden! Ihr kennt das 777? In alter Lagierung, ich weiss... Das Video ist einfach High-Quality im Begriff davon. Ja, das ist echt so. Aber du musst nichts sagen. Und die *** hier und der Gast... Nein, das ist nicht einmal sie, der Profi! Egal, der steht da hinten. Ah, der Fockel ist richtig... Zwischen San Francisco. Ah, wunderschöne High-Quality... Scheiss Gitter, hör auf rein zu winden! Der Fockel! Schau mal, schau mal! Schau mal, dass ich hier ziehe! Schau mal, dass ich hier ziehe! Das ist alles Wasser! Ich weiss... Hast du jemals in Manila, wenn es regnet... Die rauchen runter von Wasser... Unglaublich! Die leiden ganze Fulche hinten... Aber Tschüss! Tschüss, guten Flug von San Francisco! Die Kamera geht auch bald! Schau mal nach rechts! Ja, meine Kamera... Meine Kamera hatte heute keinen Bock zum Ladetag. Darum habe ich sie nicht dabei! Darum muss man die High-Quality-Aufnahme geniessen! 4 Flugzeuge für ein Bild! Und dann droht nur die 7-7... Eine weisse... Ja, die müssen nicht damit schnell sein... Jetzt 5 Flugzeuge für ein Bild! Die A22 müssen zeigen, was sie kann... Am 19! Nein! Nein! Nein, das ist frech! Nein, das ist Dash 8! Das ist Dash 8? Das ist richtig? Und ich bin wieder Dash 8 nach Clark geflogen! Und das ist frech! Ich weiss nicht, wie ich wähle! Wo hast du ihn kennengelernt? Ah, da hinten! Sie schäbt gerade ab... Ja, sie schäbt gerade ab... Jetzt hat sie mich schöner! Wie langsamer ist sie denn? Die ist schwer! Man muss bis in Toronto kommen! Ja, schon leichter... Die Toronto ist Winter! Ja, das stimmt! Bis April ist der Winter! Toronto ist immer Winter! Nein, Sommer ist schön! Sonnig, aber nicht Parfum! Da hinten steht noch ein Swiss Triple 7 und da unten steht ein Tab A31 LR, wo man sehr viel davon erkennen kann! Ja, wir werden sie bald sehen! Beim Engine Start! Triebwerk 1 startet! Hast du gesehen, wie sie etwas raucht? Was ist die 737? 737? 800? Ja! Nicht einmal NG! Eine schöne NTR! Mal schauen, wie gut sie raucht! Essen Ankunft in Zürich! Jemals! Der NTR! Doch, ich sollte doch nicht rauchen! Ich sehe, dass Schallwelle gerade rausgehen! Ach Junge, ich muss jetzt erst aufstehen! Mach Fotos von der NTR! Da drüben ist übrigens eine Iberia mit Schallklötze! Schallklötze! Ich nehme schnell gerade den Bus fort! Und Sommer und er dürfen wir nicht verpassen! Butter! Ja, das sind Tadjiken, die können landen! Beglaub mir! Sie haben viel schlechte, viel schlimmere Bedingungen! Ich habe es ihr Gefühl gesehen, dass das Türkisch ist! Das ist frech! Ein Türkisch ist viel schöner zu sehen! Das ist ab 30! 300! Ja, ab 30! 200 für die Iberia kommt sehr gerne am Donnerstagabend! Und wo bin ich dann? Du bist am Arbeiten! Nein, dann nicht mehr! Dann bist du ein Laufinger! Ja, das stimmt! Also sehe ich sie trotzdem nicht! Ja! Aber das nennt sich Talent! Jetzt startet die Treibwerk zweite! Ja! Ich sehe das Treibwerk eins, sie mich bewegt! Beide Treibwerk bewegt bei der SAS! Ja, da treibwerk zweist! Ah! Sehr wunderschöner Blickwinkel! Ja! Sehr wunderschöner Blickwinkel! Ich meine jemanden, der kapiert steht, dass man filmt! Ja! Nicht die Damen auf dem Flughafen! Weil es kapiert viele Leute nicht! Welches Treibwerk mit C startet? Treibwerk eins! Nein, ich glaube Treibwerk zwei wird in der Regen C startet! Es ist Treibwerk eins, du Profi! Irgendwann wie schnell es rollt! Das ist Treibwerk zwei! Eins! Eins! Mal schauen, ob sie raucht! Ah nein! Es stimmt! Mal schauen, ob sie raucht! Ab dem Smokey start kommt, das ist in den C family by SAS! Das ist möglich! Schön durch die Kamera laufen! Ja! Endlich mal gesehen! Endlich! Endlich! Nach über einem Jahr! Ja, ein Jahr! Ja, ein Jahr! Und ich habe sie schon gesehen mehr als C Luke! Ja, in Genf! Und in Zürich! Zwei Mal! Ja, am Tag, wo du auf Genf gelandet bist! Ja! Und eine Woche später! Engine start! Bumm! Hörst du den Sound? Wunderschön! Schönst war der Kumlux! Wo bin ich? Richtung Freiburg! Genf! Du bist ins Genf geworden! Ja, ins Genf gekommen! Ein kürzester schöner CFM Leipise A Sound! Der ist wirklich unschlagbar schön! Kenne ich aus Mips of Lights im Leiter! Und jetzt starte Tiffwerk zweimal! Schau, ob die raucht! Aber schlipp rein! Von rechts nach links bitte! Ich glaube es ist zu warm zum Rauchen! Obwohl CFM Leipise A kann nicht mehr kommen rein! Genau, zu warm zum Rauchen! Hast du A340 noch gesehen? Ok, das stimmt! Ich war beim Engine start! Das ist etwas anderes! Die A340 raucht immer! Wie heiss und kalt! Nacht im Tal! Weisst du ein A340? Ja, wunderschöner Hairdryer! Schau, jetzt sind die zwei Okser auch! Dann hören wir den schönen Sound! Schau, jetzt sind die zwei Okser auch! Dann hören wir den schönen Sound! Bye, du hast ein Bild! Bist du?